Der Krieger. Krieger sind die Typen, deren Hauptaufgabe es ist, sich vor einen Boss zu stellen und dem so lange und ausdauernd auf den Sack zu gehen, bis der wiederum seinerseits nichts anderes mehr machen kann, als dem Krieger mit wachsender Begeisterung auf die Fresse zu hauen. Und, Hand aufs Herz, wer will es ihm verübeln? Wenn man sich entsprechend vergegenwärtigt, dass Krieger sich also augenscheinlich nicht nur freiwillig, sondern offenbar auch gerne Kieferkorrekturen von Typen verpassen lassen, die uns Schurken quadratmetergroße Ecken in die Ohren hauen, wird auch klar, was bei dieser Klasse auf der Strecke geblieben sein muss. Die Hauptschwierigkeit beim Raiden ist es folglich, Kriegern beizubringen, was sie hauen müssen. Bei einem einzelnen Mob als Gegner ist das noch relativ leicht, seit Blizzard Gruppen Mitglieder des Kriegers unangreifbar gemacht hat. Man sagt dem Krieger einfach, hau das, was sich da vorne bewegt, und meist trifft er nach wenigen Minuten, in denen er steif und fest behauptet, die Kiste oder das Erzvorkommen da vorne würde sich immer bewegen, wenn er sich wegdreht, auch den Mob. Schwieriger hingegen wird es bei mehreren Mobs, denn der Krieger kennt gemeinhin nur eine Art und Weise zu pullen. Das läuft dann meistens so ab. Also ich schlepp den Caster, scheckle auf das Skelett, schieb auf den Melee und du pullst bitte den Geistheiler. Noch gefährlicher hingegen ist es, den Krieger mittels Schieppull zu verwirren. Man muss sich das so vorstellen. Das Kriegerhirn scannt den Raum und nimmt etwa zwei humanoide Mobs, gleichzeitig die Zahlgrenze des Kriegers wahr. Wenn jetzt einer der beiden geschiebt wird, kann es zu verheerenden Kurzschlüssen im Hirn des Kriegers kommen. Falls man also Crowd Control vorhat, sollte man den Krieger in einem anderen Raum der Instanz ablenken, etwa Hey, warum modellierst du nicht die süße Kröte da hinten in Fimo? Wer hat man im Nebenraum den Pull vorbereitet? Wichtig ist es, dem Krieger beizubringen, was er nicht hauen darf. Hier hilft ein Kinderreim. Ist es kalt, lass es stehen. Taumelt es, weitergehen. Lass das Schäfchen machen sein Schläfchen und wirf aufs Schweinchen keine Steinchen. Problematisch hier, wenn das Schaf in die Eisfalle läuft. Im Kriegerhirn ergeben jetzt Minus und Minus Plus und es erteilt den Befehl zum Schlagen. Ferner wird der Krieger immer meckern, dass er dem Schäfchen nicht mehr traut, weil sich das plötzlich verwandelt und ihn haut. Aber egal, beim nächsten Pull hat er das schon wieder vergessen. Immer dran denken, den Reim auf die Hand schreiben. Einen Krieger bekommt man im Nahkampf etwa so gut tot wie Kalksandstein oder Johannes Hesters. Sein gefährlichster Feind ist eigentlich nur der Intelligenz-Debuff. Dieser kann in Sekundenschnelle dazu führen, dass die vegetativen Funktionen des Kriegers gänzlich aussetzen. Vorsicht also! PvP mit dem Krieger gestaltet sich als schwierig. Viele Denkmuster und akribisch gelernte, maximal vom Kriegerhirn zu verarbeitende Gegnerscharen werden hier über den Haufen geworfen. Zudem verfällt der Krieger oft in Schemata, etwa Es empfiehlt sich daher im PvP immer, einen Betreuer für den Krieger dabei zu haben. Ein Herz für Krieger und liebe Grüße wünscht Barlow!